gut kunden weitermachen okay ich ein bisschen weiter von diesen grenzen weg sitzen mit dem schiff dass man da nicht rein trifft es heute ist so ein reverturter warum ich hab das gerade überredet Also so richtig intelligent ist die XIN aber auch nicht, oder? Ja, sag ich ja, die ist nicht gefüllt, glaube ich. So, zumindest. Mit diesem MPCs. Menno, hab ich gerade repariert. Das ist okay. Jetzt habe ich die Schaft. Ja, ich habe was. Na dann. Schließlich übernimmt es ab. Neue Mod vorgeschaltet. Ja, hab ich gerade auch über. Noch mal ein Leben. Ah ja, ne. Irgendwo Schaden, ne. Ich tausche das mal hier oben aus, ja. Ja. Der Mod ist, glaube ich, erneuert worden, oder? Den wir eben hatten, den wir schon hatten die ganze Zeit mit dem Reparieren. Was ist denn da jetzt? Es hat wieder aufgeladen, vorher war ein bisschen weniger, glaube ich. Und wir können das selbst auslösen? Dann müssen wir es auch selbst auslösen. Moment, bevor wir da in den Bosskampf reingehen, würde ich mal warten, bis das wieder aufgeladen ist. Entschuldigung. Es hat geleuchtet, ich muss unbedingt draufklicken. Ja. Also ich hätte das bei meinem Singleplayer-Ding auch an Bord, aber mir hat das eigentlich selbstständig irgendwann ausgelöst. Ja, das löst ja auch selbstständig aus, bloß wenn man es, glaube ich, selber auslöst geht schneller, keine Ahnung. Ach so. Und jetzt kommt dieses Piratenstoff, oder? Das wird jetzt schon schilden, glaube ich, ne? Ja. Komm, dass mich fliegt, wird man schon mal gelockt, braucht man mehr Schaden. Ja. Zack. Wenn ihr bereit seid. Ready. Ja, hallo. Ob jetzt. Ja, die wieder. Ja. Ja, die wieder. Ja, die wieder. Ich hatte wieder. Das ist echt... Gefällt mir nicht so wirklich. Ja, ja. Also wir haben vielleicht dann nochmal... Okay, jetzt, zwei Varianten. da war aber die rüstung hat alles abgehalten wir haben ja meistens die die haben die Luftband direkt vor mir kaputt gemacht oh die XIN hat das Ding ausgelöst in den Reparaturbot ja kann ja doch was machen wir müssten schießen aber ok ähm ja auf den in der Mitte oh ich bin wieder da wird du 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 wo waren wir noch was beschädigten ok oh ja oh Gott ah und über Bord was macht ihr denn ja ich wollte die Wand reparieren dann schießen die nochmal drauf und dann war die auf einmal weg ja das war es bei mir vorhin auch oh 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 hier ist echt ich reparier das oh Gott ihr Schweine Ah, Mist, da wird das Ding wieder aufgebaut. Okay, alles gut. Oh, Vorsicht, Loch. Ja, auch Xen macht zu. Haben wir noch irgendwo? Vorne, ja. Vorne ist ein Loch. Au, 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 au. Löst, ähm, macht vorne vielleicht diese... Oder ich kann nur noch mal hin. Mhm. Wo? Nein, nicht Tabulator. Zeit, ich so. Oh. Ach komm, die Rakete war nur noch auf B. Ja. Puh, dann war ich schon ganz schnell angeschlagen. Haken, pass auf! Aber wenn sie auf die Waffe schießen, ist gut. Binden sind noch Sachen? Ich schieße wieder. Ja, ja. Ich schieße. Große Einschuss noch, Arno! Sehr schön! Oh, sehr gut! Ich sage ja, die Aufladezeit von der Kanone ist ein bisschen heavy. Ja. Wenn wir jetzt noch ein Loch hinten reinnehmen. Ja. Alle machen sie schon. Pack mal die Abklingzeit in den Reparatur-Ruby hier. Die fühlen die ganz praktisch. Das ist sehr gut. So. Na, nimm das auf. Hallo? Ah. Das fühlen wir. Wenn nicht. Okay. Von ursprünglich 47 sind wir jetzt, ich glaube, auf 34 oder so stand da. Mhm. Super Munition. Oh, Super Munition. Super Munition. Ja. Dann haben wir gleich nochmal noch einen. Abklingen, 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 Abklingen. Leben. Ja. Das ist jetzt bei 63, das ist eigentlich ziemlich gut. Mhm. Abklingzeit kannst du noch reinpacken, weil unser Reparatur-Ding. Oder Leben. Ach so, Leben. Ich habe nur Leben. Okay. Ich habe nur Leben. Haha. Nur eins. Ja, dann können wir weiter machen. Ja. Ja. Ah hier, das ist so eine Super Munition hier. Ja, ja. Genau. Tipp dir mal auf, nicht dass die weg geht. Ja. So. Jetzt kommt heute das Tor, ne? Ja. Nur meinetwegen. Genau. Ja. Was hätten wir denn gerne? Die inneren Schiffe haben ein weiteres Kuhmenglied, und ein Abwehrgeschütz. Abwehrgeschütz ist scheiße, aber das wird definitiv die untere Waffe komplett ausknocken, oder? Ja, dann klonen wir. Komodel ich. Ja. Dann die Klone. Klone. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man das Ding grün färben würde, dann sieht es aus wie bei Futurama. Ja. Es stimmt. Es geht wieder nach. Shoppen. Jetzt müssen wir darüber tun, oder? Was ist das da oben? Roboter. Roboter. Oh. Raketenwerfer. Macht 2,7. Pro Schuss. Okay. Ich stelle jetzt Sucher-Ketten, die beim Einschlag explodieren und Flächenschaden verursachen. Das klingt ja gut. Wir können es ja kaufen, wenn es nicht für uns geeignet ist, können wir es zum selben Preis auch wieder hier verkaufen. Also damit wir es mal vergleichen können mit unseren aktuellen Waffen. Also es steht ja hier 4 und 2,7. Also ist schon mal gut. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt von unseren eigenen nicht so im Kopf gehabt. Okay. Ja. Ich glaube mehr Leben haben unsere auf jeden Fall. Bedingt glaube ich durch die Mutifkaturen. 7 und 0,5. Ja, auf jeden Fall. Und hier macht halt 4 eigentlich der Dauerstrahl. Ne, die ist besser. Also die ist auf jeden Fall besser. Bei dem Dauerstrahl. Ich bin mir halt nicht so sicher. Irgendwie. Ja, der macht nicht so. Ja, dann erst mal den. Ja. Tada. Oh Gott, was ist das denn? Ja. Oh. Okay. Hm? Hm? Hast du denn auch 2 Waffen gleichzeitig rein? Oh, wie, wie? Ja, sieht so aus als ob in der oberen und unteren Lauf. Bei der oberen Waffe. Ach so, ja, ja. Zwei Waffen gleichzeitig rein passen. Sieht gut aus. Gut, wie macht jetzt auch mit den Upgrades gerade 3,6. Also. Und dann vielleicht schon ist schon. Jo. Dann starte ich mal wieder. Weil wir haben ja nichts weiter. Starling wie Engions. Hm. So. So. Kampf, Kampf, oder Kampf? Ach ja. Egal. Oben, Mitte. Ich will jetzt mal nach oben. Hoch. Okay. So. Wir werden dann in der Nauk adaptiert. Achtung, gern wie er Nackte zu schlucken. Alles gut. Nee. Das ist pessimistisch. Nein, nicht ganz einfach aus. 모두 weill. Fucko. Tapi vorne sind viele. Vielleicht packen du mal, man. Äh. Vielleicht vers forensisch. Oh, das ist sehr gross. Aufgericht. Ich hede! Du kommierst zu Ger Craig beim에요schrecken. Ich sehe echt gefährlich aus mit dem. Oh, das ist ein Pritz. Wären die immer kleiner, oder kommt das nur so vor? Nee, eigentlich nicht. Aber einer von denen ist rausgesaugt worden. Ach, du bist ja. Warte, schiebt das hier aus? Ich habe mir gedacht, dass die Arrakid uns selbst hilft. So ein bisschen. Hat nochmal zwei rausgesaugt. Weil wir die Waffen müssen noch irgendwie... Ah, Xen kommt da schon an. Da geht es hin. Was? Ob man sich dann da nicht reinsetzen? Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. 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 Ich habe einen in der Hand despawn. Ach so. Deswegen habe ich es jetzt mal in die Waffe rein. Da geht es jetzt glaube ich nicht mehr weg. Okay. Gut. Dann auf zum nächsten Kampf. Auf in den Kampftor. Oh Gott. Oh. 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 Nichts. Oh. Oh, ob es ein Loch. Ich gehe mal Loch stoppen. Oh. Oh Loch. Auch einen Loch. Zwei Löcher gemacht. Aua Haben wir doch haben schon Oh cool Ja, die rekennen, man Ich gut schauen Oh, nochmal blau abklingt Zeit Oh ja, dann auch fallen rein Er ist jetzt auf 27 Sekunden runter Nice Jo dann Auch zwergselmann Könnte nochmal wieder so eine andere, so eine Sammelaufgabe kommen, oder? Ich glaube, ich fliege mal zu frei, als sein Bläser sie immer hat Ah, jetzt machen wir die Roboter Gut, gut Ja Her damit, her damit Um, um, um Oh, also macht Ich glaube, die Geld macht auch mal was Nee Hab einen Ich kann ihn krummeln dir an, nur das nötigste Da nehm ich genug Ah Ahhh Nuh lula, schicc Noh, maximala Schaden hier, ist sehr gut Ja ich hab ja nicht übernommen in die Geschwindigkeit gesetzt. Oh, 20 Minuten sind an der Klickzeit. Ja, dann. Nummer 18. Oh, weh, oh, weh. Da tausche ich mal die 14 aus. Okay, wir sind jetzt auf 21,3 Sekunden. Oh, nicht schlecht. Sehr gut. Lass mich fliegen, denn du hast nichts mehr schlafen. So. Los geht. So, ähm. Wie ist es aus? Kampf oder Kampf? Oh, Kampf oder Superkampf? Das ist auch noch mal normal. Oh, normal Kampf erst mal. Aua. Ne Schuppen. Ah, leid. Die Waffe oben ist. Ah, ja. Tony? Okay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist ein paar Waffe. Hm. Sehr gut. Schuss von dem macht so viel. Boah. Das ist doch super. Ja, dann. Was haben wir dann fliehen? Da haben wir keine Belohnung gekriegt? Äh, nee. Oh, oh, Lot. Okay. Da kommt es mal defensiv, glaube ich, nehmen wir uns. Ja, ich bin ganz klar aufgelostet. Genau. Genau. Wir brauchen einen zum Beamäen. Klingt Zeit. Wann hat er noch einen Roboter? Noch einen. Noch einen, perfekt. Noch einen, perfekt. Noch einen, perfekt. Können wir noch mal auf PSN gehen, oder? 18, 16. Soll ich lieber bei irgendeinem der Nachladeroboter, oder soll ich hier von 16 auf 18 gehen? Naja, dann würde ich es ja bei den Nachladerobotern machen. Genau. Ich glaube, der Oter hat sowieso nur Leben bisher. Ja, ja. Ist da unten noch leer? Ja, noch. Hm? Periode. Au, 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 au. Aber hat die Waffe oben keine Panzerung mehr? Oder warum ist das da so durch... Oh, das wird Feuer geben. Oh ja. Ich... Irgendwo bin ich denn? Ich habe... Ich hole ein Feuerlöscher. Ja. Geht das nicht weg? Ich habe hier das Feuer gelöscht. Oh. Und wenn ich... Aber immer. Aber wir haben schon eine Apparatur, weil der schon dran ist. Okay. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Oh. Und wenn du hast du da rausgesaugt? Äh, Xen. Und wenn du da rausgesaugt hast, dann kannst du da rausgesaugt. Machst du schon? Okay. Wir haben Sauerstoff nur noch auf der Hälfte. Okay, aufkommen, ich schau jetzt auslösen, das hier. Helft dich. Oh, 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 Leute. Oh, ja, wir haben da eine offene Wand. Sauerstoff ist nur noch auf der... Ja, weil wir eine offene Wand hatten. Die ganze Zeit schon. Oh, da brennt es noch. Okay. Okay, das war's. Ich glaube, praktisch ist bei dir oben rein, ja? Mhm. Anstatt... 11, machen wir 27 draus. Ja, das klingt gut. Noch irgendwo ein Schaden? Nee, Sauerstoff füllt sich auf. Okay, das ist es. Ja, ich warte gerade mal, bis der Sauerstoff wieder voll ist. Und dann krieg ich den da rein. Ja, das klingt schon gut. Also, mal gucken, ob unten noch mehr kommt nach dem Looting. Ich glaube, da war nichts mehr, aber ich gucke noch mal. Das, dann haben wir, glaube ich, da oben da mit dem... Ah, da haben wir eine Stoppuhr. Stoppuhr? Jo. Ja. Wo wird immer alles mit? Eine Trubelplage. Warum vergleicht zur Organ? Und brennt sich alle, bevor sie Chaos auf dem Schiff einrennen. Zum Glück ist sie nur in der Trubelung, keine Trubelplage. Ja. Ist so süß, ja? Gut, gucken wir, was sie machen. Ah. Ah, da kommt ein Ziehrahmen. Okay. Ja. Hubs 1, 2, 3 Schiff. Ja. Das ist wie eins hier auf der Brücke. Ach, G'sinn. Binnen ist eins. Ja, links. Ja, wo ist. Oder unten? Eins im Rücken. Ja, die würden die Dinger optisch aber auf die Chippen fast durchgehen, oder? Ja. Problem mit Augen. Ja. Problem mit Augen. Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Noch mehr Leben. Ich dachte, wir werden Leben brauchen. Was anderes als Leben. Vielen Dank. Hinten an dem Roboter, dem einen Reparaturroboter. Vielleicht können wir da arbeiten. Stimmt, ja. Oder verkaufen. Dann hat jemand eine ganz wenigste Verkaufstation oder so. Oder ist verkaufen? Was nicht brauchen. Ah ja, klar. Ja. Gut. Dann. Alle festhalten. Neue Runde, neues Glück. Ando, es läuft aber keine Aufnahme, oder? Ah, du ziehst es ja von Twitch dann. Genau. Ich habe geradeaus, aber noch eine normale. Nee. Woher weißt du das bei mir? Ich habe geradeaus, dass der Boss läuft. Weil du es schon gesagt hast. Ja, ja, oben bitte. Wir machen erst mal die Karte hier fertig, bevor wir zum Ende kommen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh. Ich bin in der Panik, wenn ich da dieses Geschoss durch den Gegenflügel sehe. Ja. Okay. Nein. Oh Gott. Meine Reparatur ist aber reich. Ja, der Roboter macht es schon. Ja, okay. Der Roboter. Ui. Ah, da kommt der Roboter schon wieder. Ja, der lädt ganz schön schnell auf. Der Roboter. MIDE. Danke, Roboter. Munition, ein Gewehr. Da hat er was gesaugt. Da oben. Ja, schließe ich erstmal mal zu kurz. Okay, okay. Auf dem Abklingzeit, um mal 13. Können wir dem Reparatur-Roboter geben, vielleicht. Das stimmt, ja. Das stimmt vernünftig. Aber der ist echt gut. Perfekt. Ich mach mal die Abklingzeit bei der Hauptwaffen-Batterie, von 10 auf 13. Ja, klar. Dann haben wir noch mein Leben, dann verkaufe ich die Leben wieder. Ja. Und der Endboss. Ich glaube, einen Kampf hatten wir noch. Ich glaube, oben war noch was zum Aufdecken, oder? Ich glaube. Ja. So. Ne, da ist nix. Ah, doch, in sogenannten Piss. Kommt auch drauf. Zwei rausgesaugt Das ist ja keine Munition Weiterschießen Leute Nein Boah Ich kriege einen Teil über Bord bei denen Das ist ja nicht Bämse Bisschen schon Ja Ja 27% Schaden Und Panzerung Soll ich die Schaden hier geben oder also der oberen Waffe oder der oberen Waffe Eine Panzersnummer Das ist wie Panzer ist ja noch nicht schon Nein Du hast oben nur noch Schaden Ich mach mal hier unten anstatt das Hier ist schon eine Panzer Ähm Was haben wir hier Mach nochmal das Ding hier weg Ja Ja Damit die Super Munition nicht verschwinden wird Ich mach mal anstatt vier Leben mach ich mal eine Panzerung bei dem Munitionsding Ja Ja Jetzt kommt der Boss Jetzt haben wir das mit dem Mit der Leiste und dem Drehen Ja Wenn mich nicht alles täuscht Ja Das ist jetzt schon Okay Ahja Also immer wenn der Balken quasi Am voll werden ist Einmal irgendwie unten auf diesen Knochen rollen Genau So Leute Bereit machen Ja Ist aber normales Ich meine nicht Wenn wir die öfter am Drehen halten können die uns vielleicht gar nicht so viel schießen Ja Oh Michi Das ist voll im Weg Ah Oh Gott Oh 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 Ich hab mal heiß und fertig und wie Mine ist das auch noch Oh Gott Äh Was dann? Das piept da ganz stolz So Puh Oh jo Oh ja Oh ja Minenwerfer hier an der Stelle Oh Oh Ich finde du bist voll im Weg Komm ab Oh Oh Äh Oh Äh Habt ihr beide auch hier oder noch? Ja Oh oh Was ist das für ein Knopf? Wir sind mal hier auf den Knopf Wir haben Unterschied wie gesagt Die haben jetzt sowieso die Mute rein die Werfer oder? Hier haben wir noch was anderes Oh Oh Ja Ja Achtung Oh Mine an Ja Drei Achtung Oh 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 Co Was ist das? Oh Gott Der Zwillen, Alter So Next Achtung, da geht ne, da geht ne, da geht ne, da geht ne, wir haben bei dir hinten Luft. Oh shit, hinten ist auch ne Mine, ach der ist oben. Oh je, oh je, oh je, Achtung, die Roboter sind echt Gold wert. Oh, meine Waffe ist kaputt, Tony? Ja, ja, ich... Danke. Ja, ich bin echt schnell. Deswegen, ich bin das Mathe, aber wenn es auch das leistet, dann mal ein bisschen im Blick, das ist gut. Ach, dann kommen wir wieder hin. Hier vorhin bei den Mine sind, ne? Oh nein. Das ist auf der Ziele gerade, ja. Ah! Vorsicht, ein Loch oben. Ja, ich bin rausgesucht und ich bin, glaube ich, weg. Oh, das ist schlecht. Nee, du bist noch da. Du bist noch da. Du bist in der Mitte. Ah! Ja, stimmt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Sorry, Mist. Hätte ich mal fast geschafft. Ja. Tut mir leid, ist mir meine Schuld. Ich war zu viel Gewusel. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ja, unter der Mine sieht man sich auch nicht irgendwie. Ja, ich hab's ja wohl nicht. Ja. Tut mir leid. Ach Gott, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Machen wir noch einen Versuch heute? Ja, klar. Kann man das machen. Ich hab's ja 20 gebraucht. Ich hab's ja. Ich hab's ja mal gemacht. Ich hab's ja machen. Ich hab's ja mal gemacht. Ich hab's ja schon mal gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017